Unsere Musikschule befindet sich direkt im Herzen von Bad Nauheim, gleich neben dem großen, wunderschönen Kurpark der Stadt. Wir haben hier ein sehr großes Kursangebot für Babys und Kleinkinder mit einem Eltern- oder Großelternteil, für Kindergartenkinder und auch für Grundschulkinder. Hier gibt es für alle das passende Kursangebot. Vormittags und nachmittags, an allen Wochentagen. Damit die Kinder die Musik auch mit nach Hause nehmen können, geben wir ihnen unsere selbst entwickelten Musikschulsets mit. Ich liebe die Musikstunden mit den Kleinsten. Sie sind noch so offen und saugen die Musik auf wie ein Schwarm. Die Stimme von Mama oder Papa ist für die Babys das Vertrauteste, was sie kennen. Nämlich noch aus der Zeit, als sie im Bauch der Mutter waren. Wenn wir singen für die Kinder, fühlen sie sich geborgen und lassen sie sich mit all ihren Sinnen auf die Musik ein. Aber auch für die Eltern soll es eine Wohlfühlzeit sein, in der sie Ideen und Anregungen für zu Hause bekommen. Wir haben hier in der Musikschule zwei wunderschöne, helle, große Räume, die bestens ausgestattet sind. Mit viel buntem Material und Instrumenten. Darunter eine große Auswahl an ORF-Instrumenten. Perfekt für den Gruppenunterricht. Für uns als Musikpädagoginnen ist das wunderbar. Wir können unsere kreativen Ideen voll entfalten und einen abwechslungsreichen Unterricht gestalten. In dieser inspirierenden Atmosphäre erwecken wir die musikalische Neugier und Freude von klein und groß zum Leben. Ich arbeite wirklich sehr gerne hier in der Musikschule. Ich wohne in Frankfurt am Main und fahre ich aber trotzdem gerne jeden Tag nach Bad Mauheim. Ich schätze die freundliche und professionelle Teamarbeit unter uns Kolleginnen sehr. Für mich ist auch wichtig, dass die Musikschule Bad Mauheim eine familienfreundliche und altersübergreifende Bildungseinrichtung ist. Hier fühlen sich die Eltern, Großeltern und vor allem auch die Kinder sehr wohl. Viele, die unsere Kinderkurse besucht haben, wollen ein Teil der Musikschule bleiben und lernen hier im Haus ein Instrument. Und das ist das schönste Kompliment für uns. Im Musikkarussell hat man die Möglichkeit von jeder Instrumentengruppe ein Instrument über mehrere Wochen zu probieren, zu spielen, nicht mit nach Hause zu nehmen, das kann man dann später, wenn man es wirklich lernt, aber man hat die Möglichkeit vier Wochen lang oder fünf Wochen lang ein Instrument zu spielen, zu erlernen. Und jedes Kind hat an dieser Musikschule die Möglichkeit auch ein eigenes Instrument zu spielen. Wir müssen nicht warten, es durchreißen. Wir können hier vier Wochen lang probieren, was wir spielen wollen, um uns dann vielleicht zu entscheiden oder Begeisterung zu wecken, was wir mal lernen möchten. Das ist das Besondere, was man hier machen kann. Die Kinder haben in unseren musikalischen Früherziehungskursen mehrfach im Jahr die Gelegenheit, auf einer Bühne zu stehen und vor allem großem Publikum ein gemeinsames Lied vorzutragen. Besonders schön finde ich, dass an diesen Veranstaltungen, die speziell für Kinder gemacht sind, sich dann alle Kolleginnen aus unserem Fachbereich einbringen. Wir arbeiten mit viel Leidenschaft daran, dass dieser erste Auftritt der Kinder ihnen ein Leben lang in guter Erinnerung bleiben wird. Musik ist für alle da. Musik beflügelt und bereichert unser Leben. Für Musik ist es nie zu früh, aber auch nie zu spät. Musik